Hallo Willkommen zurück So Und heute Wenn wir hier Eine Lava Farm hinbauen Dafür nutzen wir ein paar Blöcke So 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 Erstmal ein bisschen Stein brutzeln So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, wie viele sind denn hier drinnen? Ah, wie viele sind hier drinnen? Ah, wie viele sind hier drinnen? Ah, wie viele sind hier drinnen? Okay, einmal eben anheilen. Das müssen wir auch nochmal anders bauen. Okay. Okay. Ah, okay. Leider wird hier gerade im Hintergrund vor meinem Fenster mit... Hier, wie heißt das? Äh, die schreddern hier gerade. Was total nervig ist. Die wollten aber demnächst fertig sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Das war's. So. Oh. 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 Wie sah denn Smoke? Oh, die sehen gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Aber Blackstone würde ich gerne als Untergrund für die Lava-Produktion nutzen. Dafür brauchen wir... Was ist das hier? Was habe ich hier noch? Oh, das ist da oben reingegangen. 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 Na, kommt das jetzt langsam? Ja. Oh, das ist da oben reingegangen. 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 So. 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 Dann brauchen wir Smoke Planks. Ich weiß nicht, dass ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, dass ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, dass ich hier runterfalle. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ich weiß nicht, dass ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, dass ich hier runterfalle. Wie kann ich das denn smoken? Hä? Ah, in den Mixer. Ah, okay. 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 Oh. Ah. Holen wir uns Kohl. Pole, nicht Kohl. Okay. 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 Worm. Worm. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo kommst du denn her? Oh, vielleicht sollte ich Fackeln bauen. So. 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 Und hier will ich ne... So. 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 Damit sollte das ja anfangen echt gut auszusehen. So. 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 . So. 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 Dann kann man nix mehr machen, okay. Ja. Da war ich auch noch am überlegen, ob man das irgendwie anhalten kann. Okay. Nice. Mit welchem Zeppling machst du das? Okay. 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 Ah, okay. Ja, der wächst ja auch relativ gut. Das sollte aber mal gucken. Oh. 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 Ähm... Oh. Interface. I love you. I love you. Das war's für heute. Okay, ich glaub, ich stopp mal die Winddrehart. So. Äh. Irgendwie gab's doch hier etwas, was richtig cool aussah. Irgendwie. 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 Echt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musste ich gleich mal gucken, wie, was man da braucht. Metal Bracket. Oh. Oh Gott. Äh, Apple Juice sollte man auch schreiben können. Apple Sauce. Ah, das brauchst du für die, äh, Blaze Cake. Äh, ja. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Das war's. 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 So, einmal schlafen. Das war's. 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 Oh. Viel zu viele. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, nice So, drip Granit und Quarz So, drip 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 Hä? Flurr Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow Und was ist dein nächstes Projekt, nachdem du jetzt erfolgreich die Holzfarm gebaut hast? Und was ist dein nächstes Projekt? Und was ist dein nächstes Projekt? Ah, okay also als nächstes die Eisenfarm. Hm. Und was ist dein nächstes Projekt? Und was ist dein nächstes Projekt? Okay. So was in der Art versuche ich auch. Oh, ich hab da bei Spark of Phoenix eine geile Eisenfarm gesehen. Der hat das mit Parallelbussen gebaut und... Es gibt hier was, was ich ganz cool fand, war... Ähm... Aber wo haben wir es denn? Aber wo haben wir es denn? Hier, den hier. Brass Tunnel. Irgendwas war hier noch genau, man kann die nämlich auch aufteilen. Und... Und... Damit kann man halt echt nice Sachen machen. Oder man kann auch einen Input dann aufteilen. Was natürlich dann für solche Sachen ganz cool ist. Ja. Ja. Oh. Ja. Ich hab da. Ja. 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 So, äh, Tripstone. So, äh, Tripstone. So, äh, Tripstone. Ja, ich glaube, das kannst du sogar so weitestgehend einstellen. So, äh, Tripstone. So, äh, Tripstone. So, äh, Tripstone. So, äh, Tripstone. Ja, also, da, daher habe ich das, ähm, wegen dem Quarz, äh, da hat er einfach Sand produzieren lassen und den dann aufgeteilt. Weil du brauchst ja irgendwie für, äh, für was brauchst du, für irgendwas brauchst du noch Quarz. Ja, genau. So, so, red sand. Und dann kannst du halt den Sand aufteilen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, viel zu weit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich bin ja auch gespannt drauf, wie viele Arme man da braucht Oh, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann, ja auch톤, ANDREWT Und dann, ja, 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 so war das Und jetzt geht's. Ja, und wie viele Mechanical Crafter brauchst du dann? Oh. Ja, und wie viele Mechanical Crafter brauchst du dann? Ja, und wie viele Mechanical Crafter brauchst du dann? Ja, und wie viele Mechanical Crafter brauchst du dann? Ja, und wie viele Mechanical Crafter brauchst du dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, funktioniert das jetzt? So, funktioniert das? 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 Oh, funktioniert das? Oh, funktioniert das? Oh, funktioniert das? So, funktioniert das? So, ich wird entspannt? So, funktioniert das? 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 So, kommt das? So, funktioniert das? So, ist das? So, funktioniert das? So, funktioniert das? Vielen Dank. Okay, oh. Okay, oh. Okay, oh. Okay, oh. Okay. 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 Vielen Dank. So, dann können wir das hier erstmal entfernen. So... 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Beste. Krieg ich das heute noch hin? Ja, das ist super. Ja, das ist super. Oh. Da habe ich eins vergessen. Ja, das ist super. Ich glaube, ich muss... Was ist hier noch irgendwie... Oh Gott. Oh, das wird abgepumpt. Super. Oh. Ja, also, ich finde auch... Äh, hier, wie heißt das gleich noch? Die, ähm... Das Einführen der Mühlensteine hat so viel verändert, finde ich. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Oh. Oh. Die Casing verbraucht man nicht und setzt sie trotzdem ran. Cool. Die Casing verbraucht man nicht. 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 Okay. 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich habe. Das sind die Speed-Controller. Du musst da ein Cockwheel oben drauf setzen, damit das die Geschwindigkeit übernimmt. Also der hier macht nur die Rotation-Speed. Das ist die Speed-Controller. Okay. Das ist die Speed-Controller. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Copper. So, dann holen wir uns noch ein paar Mal. So, dann holen wir uns noch ein paar Mal. So, dann holen wir uns noch ein paar Mal. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Okay. 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 Wenn man nicht auf dem Bildschirm guckt. Das war ein Mini-Herzinfarkt. Jo. Okay. 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 Ja ich muss das erstmal abschalten weil das zu viel wurde. Okay. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 11, 12. 6, 7, 12. 7, 12. 8, 12. 8, 12. 8, 12. 12, 13. 11, 12. 11, 12. 11, 12. 11, 12. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 12, 13. 14. 14, 14. 15, 13. 15. 14. 14. 15. 15. 16. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Okay. 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 Bucket. So. Das war's für heute. 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 So, so... Das war's für heute. Das war's für heute. Uh... Das war's für heute. 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 So, so... So, so... Das war's für heute. So, so... So, so... Das war's für heute. So, so... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Uh... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm... B-b-b-b... What wollte ich ja... Oh... Das war falsch... Oh... 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 So... Oh... 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 Okay... Okay... Oh... 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 Ich wollte noch ein Bucket holen. 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 Dann nehmen wir noch Ledders. Ledders? Okay. Okay. Ich wollte noch ein Bucket holen. 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 Ah. So. Oh. Die Pleuer. Okay. So. So. Iron und... So. 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 Well. So. 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 Wow. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und dann kann man hier oben drauf noch ein paar mehr Farben bauen. Cool. So, aber für mich ist jetzt Feierabend. Ja, ich muss ins Bett. Und dann bauen wir morgen die Farm fertig. Und ich dachte, wir nehmen eine dieser Plattformen. Und ich denke mal diese hier vielleicht. Um die Sprinkler zu befeuern. Das wollte ich noch austesten, ob dann die... Wie heißt das gleich noch? Die Sprinkler das Ganze verbessern. Und dann bauen wir die hier hin. Und das Bonemeal bekommen wir, indem wir eine Farm oben draufsetzen. Oder gucken, dass wir die Kelbfarm nehmen. Und dann alles überschüssige Kelb dann zum Bonemeal verarbeiten. Und... Kann man das eigentlich? Komm. Basta. Hm. Ich suche mal eher Kelb. 30 prozent 30 prozent 50 prozent also da werden wir dann wahrscheinlich das kelp benutzen um den noch zu verbessern also den überschüssigen kelp dann einfach in bohnen mir verwandeln und das dann das ganze dann verflüssigen und in die sprinkler reinjagen aber mal gucken ja also schönen abend gute nacht und dann auf jeden fall bis morgen würde ich sagen und dann schönen abend dir ciao